Und jetzt machen wir fertig. Ich bin so gespannt. Kathi, was glaubst du? Wird es denn gut? Ja klar, es wird auf jeden Fall gut. Oh, eine neue Kundin. Eine neue Kundin in Claudio und... Ja, Claudio und Kathis Batik-Salon. Ja. Moment, Moment. Kleider, Badeanzüge, T-Shirts oder auch... Was war denn da noch? Hey Leute, was geht? Claudio hier mit... Kathi! Hey Kathi! Und zwar, Freunde, ist ja Daniel im Urlaub, wie ihr wisst. An der Stelle nochmal schönen Urlaub, Daniel. Viel Spaß im Urlaub. Und zwar habe ich mir jetzt die Kathi geschnappt, denn wir spielen heute ein Simulator, Kathi. Und es ist ein Simulator, der... Ich habe den gesehen und habe gesagt, ich brauche Kathi. Ich brauche Kathi an meiner Seite. Was macht man denn da? Kannst du schon erkennen, was das ist? Ein T-Shirt? Ja. So, ich schaue dir, wir klicken mal weiter. Also ich muss hier so eine Form reinknicken. Und? Ah, Batik. Ja, Kathi! Heute müssen wir T-Shirts customisen. Ja, cool. Und da habe ich gesagt, ich brauche Kathi unbedingt. So, Kathi, welche Farbe soll ich denn nehmen? Ähm, also pink hast du ja da gerade schon. Das kannst du auch mal nehmen auf eine Ecke. Ja, machen wir mal diese hier. Oh, ziemlich schwer. Oh nein, oh nein, oh nein! Nicht so viel Farbe. Oh, okay. Ja. Dann nimm mal... Es sind ganz viele. Wir machen mal so einen Regenbogen oder so. Okay. Dann mach mal als nächstes orange vielleicht. Okay. Und das einfach daneben. Ja. Freunde, ihr merkt Kathi, die Expertin einfach. Ja, dann jetzt mal gelb. Okay. Uh, ja. Ja. Ähm, und dann vielleicht grün. Oder dieses Türkis da vielleicht. Ja, machen wir. Den ganzer Regenbogen wird es nicht, aber jetzt noch blau auf die eine Ecke, würde ich sagen. Ah, da fehlt aber noch eine Ecke. Ja. Achso, stimmt. Genau, du hast ja zwei gemacht. Dann lila noch. Lila? Haben wir lila? Ja. Die, oder? Nee, gibt's noch mal anderes? Ja, da vorne das erste. Top. Cool. Und jetzt machen wir fertig. Ich bin so gespannt, ne? Kathi, was genau ist, wird's denn gut? Ja, klar, das wird auf jeden Fall gut. Genau das haben Eva und ich letztens gemacht. Ja? Also ich kann ja an dieser Stelle auch kurz Werbung machen. Ja, gerne. Du, tue es ja Elf Inspiration. Wir haben genau so ein T-Shirt so gefärbt. Mal gucken, ob es so gut aussieht, wie das echte. Und gut, dass Sie sich rufen haben, oder? Ja, das macht mir Spaß. Ja, ich hab das gel... Können wir noch eins machen? Ja, also nee, wir machen auf jeden Fall noch weitere. Ja, cool. Weil es wahrscheinlich vielleicht andere Muster noch kommen. Oh, was jetzt, Kathi? Jetzt müssen wir erst auswaschen, ne? Ah, okay. Ich kenn mich nicht aus. Du musst mir schon helfen. Ach so, eigentlich muss das erst noch ein bisschen einweichen. Jetzt weiß ich, vielleicht war das nicht so gut, dass du es schon ausgewaschen hast. Oh, richtig gut geworden. Cool. Kathi, danke. Check. Sieht auch sehr gut aus. Oh, super Bewertung. Drei Sterne, wow. Ist das das Beste, was man haben kann? Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall gut. Also, drei, doch, drei Sterne ist das Beste. Klar. Nächstes T-Shirt. Kathi, was machen wir? Äh, es ist wieder gekringelt, ne? Oh, ich hab's... Aber, wir können ja nicht alles verbinden. Das geht auch? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Oder? Okay, das geht doch nicht. Och, Mann. Ja, dann nehmen wir jetzt aber andere Farben. Ich hab keine Idee. Okay, wir könnten doch jetzt nur uns für zwei Farben entscheiden und dann immer so abwechseln. Oh, cool. Welchen nehmen wir? Hm, vielleicht... Rot. Rot ist meine Lieblingsrabo. Deine? Äh, so Türkis. Türkis? Okay, machen wir. Ja. Obwohl, ich kann ja schon mal die mit Rot beginnen. Darf ihr auch mal? Klar. Einfach hier so drauf gucken? Ja, halt die drauf und da musst du jetzt ein bisschen lenken. Genau. Oh, super. Freunde, ich glaube, Kathi hätte das Video alleine machen können. Ich kann ja einfach sitzen und ich kann Kathi einfach machen. Oh, du kannst ja gleich wieder Rot nehmen, ist ja nicht schlimm. Wie du magst. Ja, ich hol nochmal Rot. Also ein bisschen ausbessern. Das geht beim echten Bartiken, aber nicht, dass man dann nochmal ein paar Farben immer übereinander macht. Ja, das stimmt. Oh, ich muss sagen, ich bin einfach begeistert von Kathi. Genau. Oh. Ich glaube, dafür kriegen wir nicht so viele Punkte wie bei dem anderen. Na, ich glaube schon. Ich glaube schon. So. So, wieder auspaschen, ne? Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussehen wird. Oh, das sieht cool aus. Ich sehe schon. Ja, mega. Richtig gut. Ey, wir sind gut. Ja, total. Ich glaube, man kann immer nur so einen Kringel machen, ne? Ja, wir schauen mal. Man kann ja eigentlich bei Bartik auch noch ein paar andere Muster machen. Ja, wir schauen mal, weil, ich glaube, wenn wir bessere Punkte kriegen, dann kriegen wir vielleicht auch ein neues Muster. Also bei den anderen Apps war es auf jeden Fall so. Daniel und ich haben schon, ich glaube, Haare geschnitten, Nägel lackiert. Okay. Oder Nägeldesign. Ja. Und dann noch ein paar andere Sachen. Ganz viele Sachen. Wir sind auch Bus gefahren. Ein Fernbus. Cool. Äh, ja. War, äh, war cool. Oh, schau mal. Warte mal. Oh, jetzt können wir ein Männershirt designen. Wer ist denn dieser junge Mann? Keine Ahnung. Ist das der Claudio vielleicht? Ja, vielleicht. Mit einer Frisur. Zum Starten hier. Okay. Oh. Jetzt können wir auch noch später andere... Sollen wir jetzt schon ein Kleid nehmen? Können wir? Ja, gerne. Komm, wir müssen nur ein Video schauen. Wie heißt der eigentlich unser Salon? Bartik, die Bartik Stars, oder? Oder Claudio und Cardis Bartik Salon. Ja. Perfekt. So was müssen wir hier machen? Wähler einen Gegenstand. Hab ich doch. Achso, haben wir ja. Dann abhaken. Okay. Und jetzt? Ach, jetzt musst du... Ach nee, guck mal, jetzt können wir es einrollen. Oh. Ja, es gibt nämlich ein ganz neues Design. Jetzt mach wieder die Bänder drum. Okay. Und jetzt... Farben. Ja. Jetzt hab ich auch schon eine Idee. Fangen wir mal links mit Gelb an. Okay. Ganz links? Mhm. Okay. Dann orange. Okay. Kathi, was hast du vor? Ja. Dann pink. Dieses? Ja. Oder gibt es noch ein anderes? Können wir mal schauen? Ja, so ein helles vielleicht. Okay. Und dann das Dunkelpink. Vielleicht noch. Okay. Ja. Kathi, ich bin gespannt. Hast du das schon mal gemacht, so in der Art? Ja. Oh, okay. Ich glaube, die haben es jetzt so aufgerollt. Ja. Ich glaube, eigentlich müsste man es so falten. Glaubst du? Ja. Aber es wird bestimmt gut funktioniert haben. Aber glaubst du, dass der junge Mann ein Kleid ist? Oh, sehr gut. Sehr cool. Ey. Das Kleid ist echt schön, oder? Oh, das gefällt ihm. Ja. Super. Das ist einfach so ganz praktisch für den Strand. Kann man sich überziehen. Ja. Ich finde es auch gut. Ey. Und das steht ihm auch, ne? Oh, jetzt können wir noch einen weiteren Gegenstand. Ein Badeanzug. Oh, sehr gut. Ja, danke. Kein Problem. Gerne. Gerne. Gern geschehen. Oh, eine neue Kundin. Eine neue Kundin in Claudio und... Ja, Claudio und Katis Batik Salon. Ja. Moment, Moment. Siehst du da oben was? Ein VIP. Wir müssen uns benehmen. Ein VIP ist in unserem Laden. Kathi, du bist der Chef. Du machst das jetzt. Warte. Erstmal möchte sie sich mit uns unterhalten. Okay, was? Ah, ja, ja. Herzlich willkommen in Claudio und Katis Batik Salon. Mein Name ist Kathi. Mein Name ist Claudio. Und das ist Claudio. Mein Assistent. Ja. Wir können ihnen Kleider, Badeanzüge, T-Shirts oder auch... Was war denn da noch? Und Hose designen. Je nachdem, was sie so möchten. Aha, sie möchten einen Badeanzug für den Strand. Perfekt machen wie Gelle für sie. Aha. Badeanzug, oder? Genau, sie wollte einen Badeanzug haben, die Kundin. Okay. Ach, nee, deine Zeitung. Wir können auch was Neues. Dann kommen, wir nehmen das. Das haben wir noch gar nicht. Du bist der Chef, Kathi. Du musst seriös wirken. Okay. Ach so, sie überlassen es uns, welche Batik-Variante wir wählen, weil wir uns am besten damit auskennen. Natürlich. Und wir wissen, diese Variante wird ihnen super gut gefallen. Aha, sie wollen gerne grün, blau und gelb? Das machen wir doch gerne für sie. Oh, okay. Ah ja, ganz unten grün, okay? Ganz unten grün. Genau, ganz unten grün. Ganz unten grün, ja. Ja. Dann ein bisschen blau. Dazwischen war. Ja. Okay. Und das sieht dann schon viel Farbe aus. Okay. Und oben gelb noch ein bisschen. Ach, gelb möchten sie? Gerne. Ja. Und vielleicht da unten auch noch ein bisschen gelb. Dann ist es... Ja, genau. Oder so. Ja, das ist eine gute Farbe. Ja, geht's. Sehr gut, Claudia. Okay. So möchten sie es haben? Ah ja, okay. Das sind also ihre Lieblingsfarben. Und damit wollen sie jetzt gleich an den Strand und sich sonnen. Aber sonnencreme nicht vergessen. Ganz wichtig. Oh, die sieht gut aus. Ich hoffe, das ist eine VIP-Kunde. Wir brauchen sie. Oh. Sieht ziemlich gut aus. Also, das Kleidungsstück für sie ist fertig. Hier ist es. Probieren Sie es doch gerne an. Oh. Sie sagt, tolle Arbeit. Ja, gerne. Dann empfehlen Sie uns doch weiter. Vielleicht möchten noch weitere VIP-Kunden zu uns kommen. Oh, du gibst auch ein Geschenk. Oh, ein Geschenk mit Geld. Was ist das? Wackert, wir sind echt gut. Ja. Ich bin nur gespannt, ey. Der Shop läuft. Ja, der Shop läuft gut. Aber glaubt ihr, sie hat uns drei Sterne gegeben? Ich glaube, von einem VIP-Gast drei Sterne. Das wird unseren Laden richtig voranbringen. Ich glaube auch, so nicht schon mal. Oh, ja, tschüss. Tschüss. Wie viele Sterne gibt es dir? Oh, was hat sie nicht gesagt? Gar nicht gesagt. Oh, schon mal. Oh, die möchte einen Badeanzug haben, die Dame. Weißt du warum? Weitere empfehlen. Genau. Genau. So, einmal. Oh, dasselbe. Na gut. Genau das Gleiche haben. Okay, wir machen aber andere Farben. Ja, welche? Das hatten wir da noch gar nicht. Da ganz auf der anderen Seite. Dunkel? Ja, lass uns mal dunkel. Vielleicht mit einer hellen Farbe kombinieren. Komplett oder? Ja, da unten schwarz und oben machen wir vielleicht mal nochmal so ein blau oder so. Dieses? Ja. Okay. Noch ein bisschen was anderes. Ist ja nicht so, dass wir an unseren Kunden rum experimentieren. An den Kleidungsstücken unserer Kunden. Aber ich meine, wir machen das gut. Ja, ich glaube, das wird echt gut ankommen und es wird sich schnell rumsprechen und schnell will die ganze Stadt nur noch Klamotten bei uns kaufen. Auf jeden Fall. Und ich habe ja einfach eine Expertin an meiner Seite. Ich bin einfach nur erleichtert, dass ich die hier habe. Ja. Also du weißt ja, ich habe ja auch für dich schon mal einen Badekopf gemacht. Ja, und das war gut. Ja. Das war sehr gut. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut bei Spielen mit mir vorbei. Katja hat ein super Shirt für mich gemacht. Heimlich habe ich das gemacht. Weißt du was? Das ist sogar noch hier. Ich hole es einfach mal. Schaut mal, Freunde. Wow, oder? Das ist doch mal genial. Dann, da steht er noch in der Mitte. Ich zeige es mal in die Kamera. Claudio steht da. Mitten im Kaktus. Und hinten sieht es auch nochmal cool aus. Also. Und ihr müsst wissen, dass das Shirt war weiß. Also blitzeblank. Ich war alt und du wolltest es, obwohl er hat es einfach nur in seinem Studio liegen und ich habe es mir gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich gar nichts, Katja. Es wurde mir einfach gegeben, aber ich war so. Du wolltest es mal wieder waschen, aber dann habe ich es einfach neu designt und dann. Das war mein Shirt. Oh. Auswaschen. Ja. Und wie wird es? Ich glaube, das wird auch ganz gut aussehen. Mal ein bisschen was anderes. Ja. Cool. Cool. Ich finde, das sieht gut aus. Ja. Und drei Sterne. Steht auf jeden Fall der Dame sehr gut. Ja. Und ich würde sagen, Katja, das war es jetzt auch. Ich meine, wir haben so viele Kunden. Genau. Also jetzt schließt der Laden, aber der wird vielleicht nochmal irgendwann wieder eröffnen. Ja, auf jeden Fall. Und Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt doch in die Kommentare, ob der Saloon wieder geöffnet werden soll. Ich sage immer Saloon. Heißt eigentlich Salon, ne? Saloon ist, glaube ich, was anderes als im Wilden Westen. Genau, aber ich finde es cool. Also wenn ihr wollt, dass unser Laden wieder öffnet, dann schreibt es in die Kommentare. Der Wartex-Saloon können wir den ja auch einfach nennen. Cool. Ich finde, wir brauchen jetzt gar nicht mehr unseren Namen dazu nennen. Da hat sich jetzt einfach hier so verbreitet, der Laden. Das ist so bekannt geworden. Ja. Wir können einfach nur sagen, der Bartex-Saloon. Uh, cooler Name. Ja, Freunde, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wieder öffnen sollen. Ansonsten abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da unten, würde ich sagen, Kathi. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.